Ich erzähle euch heute mehr über die XXL-Boxen. Sie sind insgesamt 28 Quadratmeter groß. An den Seiten hat man die Möglichkeit, Sozialfenster zu öffnen. Dann können die Pferde zueinander Kontakt aufnehmen, aber haben trotzdem noch ihre Ruhe. Es sei denn, die Pferde verstehen sich so gut, dann kann man es auch komplett öffnen. An den Seiten sind diese Heuraufen. Dadurch haben die Pferde die ganze Zeit Heu zur Verfügung, ohne dass das Heu in der Box verteilt wird. Zu den Futtertrögen hin gibt es diesen Sichtschutz, damit kein Futterneid entsteht. Das ist gerade für Charlie echt richtig gut. Und für die kleineren Pferde gibt es die Möglichkeit, dieses obere Gitter von der Tür abzunehmen. So können auch die kleineren Pferde aus ihrer Box rausgucken. Und was es mit dieser schwenkbaren Tränke auf sich hat, das erkläre ich in einem anderen Video. Auch wenn die Boxen groß und wunderschön sind, kommen die Pferde natürlich täglich auf die Weide oder auf den Paddock. Was ist deine Meinung zum Thema Boxenhaltung? Schreib es mir gerne in die Kommentare.